Und nun bin ich um absolute Ruhe, denn Vorhang auf, das Spektakel beginnt. Ich bin nun schon. Seit 35 Jahren das Emblem dieser Film ist erschraffend. Und die witzigste Anekdote, die haben wir erlebt mit unserem Regisseur Josef Spielberg. Das war mit dem Schrecken des Toupets. Wir waren gerade dabei, die Flüsselszenen von unserem Film zu drehen. Und da habe ich Hans gesagt, Hans, Windmaschine auf Stufe 1. Hans, auf Stufe 2. Und dann ist es passiert. Die Windmaschine hat mein Toupet weggeblasht. 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 Ja, ich bin Mann, das ganze Land ist behergerannt, bis in den Black Forest. Und in den Black Forest habe ich alle Tiere gefragt, hast du mein Tüppet gezählt? In Black Forest, in Black Forest. Mein Gott war dieser Forrester Black. Hey Schenkröte, hey Schenkröte, hey du, hast du mein Tüppet gesehen? Hey Schenkröte, hey Schenkröte, ich spreche mit dir. Hey Schenkröte, wo krötest du hin? So warte doch. Schenkröte, hey Schenkröte, hey Schenkröte. Schenkröte, hast du mein Tüppet gesehen? Yes, mein Tüppet. Um, das ist mein Tüppet. Schenkröte, hast du mein Tüppet, hast du mein Tüppet, hast du mein Tüppet. Schenkröte, hast du mein Tüppet, hast du mein Tüppet, hast du mein Tüppet. Und kein Tüppet. su voorhalte, aber es ist mein Tüppet. Seiste tarde. Seiste tarde. Schenkröte, hachst du dein Tüppet. Dann warst du mein Tüppet. Ich bin Kasper, ich bin Kasper, darf ich ein Rekord kommen? Ja, Joseph decided to pay weiter hinterhergegangen, bis er auf Apraxos gestoßen ist. Apraxos ist der Falken uns erhebt und bekannt für seine scharfen Haugen. Apraxos ist aufgeflogen, um das Zutief von Joseph zu finden. Musik Musik Apraxos hat mir mein Spitz übergebracht. Und seitdem trage ich hier mal eine Sportwitz auf dem Set, weil das war ja so peinlich mit dem Schrecken des Toupets. Mit dem Schrecken des Toupets. Musik Applaus 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 Vielen Dank.